Guck mal, hat er gemerkt. Ich glaube, er hat anders ein Füße hinbekommen. Das ist nämlich so ein Senkel. Ne, das ist ein Flaschen. Ich glaube, da hat es gerade reingeregt. Guck mal, da schwimmen welche. Guck mal, diese Flaschen, die da kommen. Oh, da sind aber noch volle. Ja, die hat sie auch ins Wasser gestellt. Deswegen habe ich unsere dahin gestellt, wo sie nicht wegschwimmen können. Ein ganzer Sixpack.